Wir haben heute eine sehr individualistische und zurückgezogene Gesellschaft. Jeder hat sich mit Selfies und Selbstreflexion beschäftigt, aber vielleicht nicht genug mit dem, was auf der Welt passiert. Zudem ist der allgemeine Stress am Arbeitsplatz eine Überbelastung. Ich habe das Privileg, dass ich in einer sehr aktiven, aber geräusamen Ländlerzeit das machen kann. Das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, mich besonders einzusetzen.